Ganz Einer ist, heißt es aber nicht Diamanten. Eins, zwei. Ja, zwei, ich glaub, dann haben wir eine Diamantenspitzacke, oder? Schon locker. Wir haben zwei im Dings. Das heißt, wir können uns schon mal eine Diamantenspitzacke bauen. Ich wollte schon kaufen, sagen. Ja, aber nicht für die Mining Turtle. Ich hab Tanks Noir. Sauber. Bau dann lieber Obsidian ab. Mal zwei Tanks Noir. Wie viel hier noch unerkundet ist, du? Das ist ja die wahre... Ich hab Prolog öfters aufzunehmen, das LP. Nicht, genau. Ich soll ihn jetzt auch noch bis 8 Uhr durchziehen, meiner Meinung nach. Also ich hab... Genau, von mir aus auch. Jetzt gleich... Bin ich essen? Das heißt... Jetzt gleich. Ja, halt um 6 Uhr oder so. Dann können wir eine Viertelstunde Pause machen, oder wie? Ja. Ja, dann snacke ich dann auch irgendwas. Dann hab ich noch bis 7 Uhr Zeit. Dann lass mal lieber eine Pause machen, weil wir ihn aufnehmen. Ah. Ich würde erstmal eine Pause, erstmal was essen und dann bis 7 Uhr oder was? Ich weiß nicht. Ich kann doch gucken, ob ich es so vielleicht sogar machen kann, dass ich erst morgen dahin muss. Wohin? Ich muss nämlich noch eigentlich zu einem Kumpel, um mit dem nämlich noch ein Projekt zu machen. Schul oder was? Ja. Wo soll ich jetzt hier's Tripman gehen machen? Obwohl. Keine Ahnung, mach gerade aus. Ich rufe den dann gleich mal an, während dem Essen. Und frag dann mal, ob es auch morgen geht. Weil ich hab jetzt überhaupt kein... Ja, ich find's gut, ne? Weil ich hab jetzt überhaupt kein... Sonntagabend musst du rüber zu einem Kumpel und ein Projekt machen. Jo. Sparek, du bist es. Ja. Ich glaub, das weiß er schon. Ich bin sogar durch. Das weiß ich sogar ganz... Gut, warte. Ich probier mich nochmal. Ah. Äh. Ne. Noch ein bisschen zäh. Ja? Hm. Ist noch nicht ganz durch. Boah. Aber wenn... Ich bin aber auf Höhe 11. Ich bin auf Höhe 12. Was? Bist du auf Höhe 12? Weil auch für 12 die meisten Diamanten sind. Bei mir wird für... Hä? Bei mir wird 12,6 angezeigt. Ja, 12... 12,62. Ja. Wo kann man das nochmal angezeigen lassen? Auf F1 oder so, ne? Da... Da Reis... Da Reis Minimap. Steht doch bei Reis Minimap. Und schon wieder... Ja, ich hab mich so klein, dass ich das nicht sehen kann. Redstone und... Nicolit. Boah, ich sollte ja dann... Sollte ja Lapislazuli mitnehmen, ne? Wäre angebracht. Wir müssen aber diesen, äh... Lass den Kondenser nach draußen bauen und das mit, äh, Sonne machen. Kannst doch einfach nur eine Fackel drüber machen. Oder Glowstone geht auch. Ja, aber da gibt's so Teile, dann geht das schneller. Ich weiß gar nicht mehr, welche das waren. Antimaterie-Relays. Genau. Musst du da drumherum bauen. Ja. Und dann, äh, setzt du da für nachts dann halt irgendwie so ein Glowstone rum. Dann kriegst du innerhalb von... paar Sekunden Diamant. Ich weiß, die Dinger sind mega hart. Mega hart. Mega. Mega. Ich brauch Hulch. Da, Hulch. So. Ich mach mir jetzt mal ne blaue. Spitzsacke. Ja. Und jetzt weiter meinen. Ich hätt nur Holz mitnehmen müssen. Okay, das. Aber ich muss bei ihm kurz mal ein Steamer ausmachen, sonst schreibt mich gleich ein Kerl an. Der will nämlich mich... Nein, der will nämlich gleich mit mir Shogun spielen. Shogun? Ja. Ja, Shogun 2. Total wahr. Ja. Ich freu mich schon auf Total War Rome 2. Yo, Spiric. Dann, wenn's deine Koop-Kampagne macht, ne? Ja, aus 2-2. Ich kenn das gar nicht. Also, vom Namen her schon, aber... Da spricht jemand im Hintergrund. Ja, meine Mutter. Ach so. Das hab ich gar nicht gehört. Meine Mutter ist nämlich so eine Person, die redet immer sehr, 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 sehr laut. Sehr selten. Und noch mehr Tangsten-Ohr. Ich hab jetzt 15 Smaragd... Äh, nee, Emeralds. 6 Rubine, 5 Saphire und 3 mal Tangsten-Ohr. Was macht denn jetzt? 2er-Strip-Mining? Ja. Also, ich mach Strip-Mining. Aber ich überlege, ob ich 3er-Strip-Mining mache. Ich bin jetzt... Ich mach gerade 2er-Strip-Mining. Aber 3er wär fast wie... Mining-Turtle. 3er ist Mining-Turtle. Ja. 3er ist eigentlich besser, aber... 2er find ich halt zur Zeit besser. Aber man kann irgendwie mal Strip-Mining mit der Mining-Turtle einstellen. Mhm. Ich weiß nur nicht wie. Auf jeden Fall weiß... Auf jeden Fall kann man sich mit der Mining-Turtle auch super Räume ausheben lassen. Mhm. Man kann sich ja auch für die Mining-Turtle selber Skripte schreiben. Ja. Mhm. Zum Beispiel für Strip-Mining. Krank, ey. Hier ist Larpis. Hier kann man dann auf einer Floppy-Disc spielen. Hier ist blaues Larpis. Larpis Larpis liegt. Gott, wie viel. Ich hab jetzt 28. Auf jeden Fall möchte ich auch so früh wie möglich noch einen Enchantment-Table haben. Brauchen wir Obsidian. Ja. Und Diamant. Ich hab jetzt den Diamantspiel. Zack. Okay. Gut. Wie gesagt, aber am besten nicht benutzen. Dann baue ich schon mal, äh, ja, vier Obsidian ab. Krank. Brauchen wir nur noch, brauchen wir nur noch drei Diamanten, dann haben wir, äh, den Kondenser. Ja. Wieso mach ich vier Rast-Rip-Mining? Keine Ahnung, warum du so vier Rast-Rip-Mining machst. Und ich hab Gold gefunden. Ich hab bis jetzt alles gefunden. Wirklich alles. Bis hin zu Copper. Aber keinen einzigen Diamanten. Und ich hab grad in ne Höhle reingegraben. Oh. Ich hab ne Höhle entdeckt. Nice. Wo übelst viel Tanks-Ohr ist. Mitnehmen. Jetzt kommt's. Eins, zwei, drei, viermal Tanks-Ohr. Hier geh ich rein. Sauber, das sind schon ein paar, paar viele Diamanten. Wir haben jetzt sieben Tanks-Ohr. Wie viel Tanks-Ohr? 16.000. Zwei Diamanten. Acht Tanks-Ohr, neun Tanks-Ohr. Jo. Jo. 18. 18. Neun Tanks-Ohr haben wir. Nec, trägst du denn da auch noch zwei, oder? Weiß ich nicht. Ich glaub ja. Gott, und hier ist noch mehr Lava. Warte, Lava, Lava. Ich komme. Weil ich hab nämlich einen Wassereimer dabei, dann kann ich die Obsidian abbauen. Mr. Lava, Lava. Oh, Diamanten. Schick, schick. Die hätte ich gerade fast übersehen. Ja, bei mir gibt's jetzt Essen. Ich baue noch kurz die Diamanten ab. Eins, zwei, zwei Stück, die geb ich dir dann jetzt gleich noch. Wenn du dann bei mir bist. Ich bin hier vorne bei deinem ersten Lavasee. Ach du heilige, wie weit bist du noch weiter hinten? Renn einfach mal weiter. Ich komm dir entgegen jetzt gleich, wenn ich erstmal überhaupt wieder hier rausfinde. Wo hab ich überhaupt reingebracht? Ich wollte jetzt anfangen, Obsidian abzubauen. Ah, da. Okay. Warte, ich komm zu dir. Ich will dir meine zwei Diamanten geben, weil dann... Wir machen doch jetzt eh Pause, oder? Ja. Okay, ja, dann kann ich mich auch hier hinschneiden. Sag dann mal schon mal bei mir. Tschüss. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Hi. Hallöchen. Wir sind wieder da. Ja. Wir haben alle ein bisschen weiter gemacht, beziehungsweise... Und Victor hat weiter gemacht. Moin. Hallöchen. Moin. Gib mir ihm die Diamanten. Die Diamanten. Okay. Ich hoffe, dass wir in dieser Aufnahme noch etwas schaffen. Komm, wir haben noch zwei Stunden. Ach. Ja. Ach, du kannst bis Dings, also... Mhm. Gut. Gut, ey, wir haben sogar schon zwei Stunden aufgenommen. Das ist ja das Krasse. Ich weiß. Zwei Stunden kann ich wahrscheinlich nicht mehr. Dann zuckt der Line einfach weiter. Was? Ab 20 Uhr? Hm? Ab 20 Uhr meinst du das? Ja, keine Ahnung. Also ich guck mal, dass ich möglichst lange noch kann. Nein, Victor, das muss ja auch bald weg. Scheiße, 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 Scheiße. Boah, das war knapp. So. Wo ist der eigentlich? Hier. Der ist mal rauchen. Ich bin rauchen. Ist euch ein Thema eingefallen beim Essen so? Also mir ist nichts eingefallen beim Hotdog-Mampfen. Mir ist auch nichts eingefallen beim Kulat-Mampfen. Drei, aber das hat jemand schon mal gemacht. Wir wissen keine Krankheiten mehr. Und ich hab noch mehr Diamanten gefunden. Yeah. Eins, zwei... Willst du nicht den Energy-Kondenser machen? Drei, vier, fünf, sechs Diamanten. Okay. Okay, dann... Ich sag mal, Epic Win. Ich komm noch nicht. Ich will noch nicht kommen. Ja, nee, ich komm zu dir. Und hol die ab. Gut, so geht's auch. Ey, ich krieg in meiner Höhle hier gar nichts. Dias! Ich krieg in meiner Höhle gar nicht. Boom, Dias. Äh, genial. Scheiße, meine Hacke reicht nicht dafür. Haben wir ja Lapislazuli, ja, ne? Ja. Wir haben sogar genug. Ey, ich steh hinter dir. Boah, bis zum letzten hat der ausgereicht. Ach, Dias! Boah, auch nice. Gleich können wir Diamanten in Masse herstellen. Jetzt können wir alles aus Dias machen. Oder wir holen uns Industrial Diamonds. Wir können schon mal ne Antlon machen, oder? Ne Quarry. Rein theoretisch? Ja. Ich würd's machen. Den oben aus dem Berg reinsetzen. Oben auf dem Berg. Ist doch lustig. Und dann runtergraben lassen. Ja. In so nem, äh, 10x10 Feld oder so. Nice wär's ja. Auf jeden Fall hätten wir dann ganz schnell den Berg weg. Naja, ganz schnell jetzt nicht so. Ja. Setz zwei Mining Turtles dran, dann geht's schnell. Ich überleg' gerade. Gott, mir tut jetzt die Schulter weh. Ich weiß nicht wieso. Ich find's gut mit separater Mine hier, dass man da so in den Berg so reingeht. Das find ich eigentlich geil. Das find ich auch geil. Besser als von Haus so runter. Aber wir müssen noch... Oh, wo baut der denn sein Neta-Portal hin? Wer, der baut... Das soll uns ja nicht die, äh, die Dinger voll quietschen. Die Höhlen? Jo. Ach, das soll uns nicht alles voll quietschen hier. Wieso steht's denn oberhalb? Ja, das ist ein bisschen weiter weg. Das quietscht uns nicht alles voll. Stimmt schon. Ach da, ich bin jetzt in der Nähe vom Spawn. Vom NPC-Dorf. Gut. Ich seh's auf jeden Fall schon auf der Minimap. Der Energy-Kondenser ist übrigens fertig, ne? Krass. Diamantenhersteller. Ups, da. Ja, Mindlayer direkt mal. Ach, ich könnt ja noch das Tanksen-Or dann da reinhauen. Mach ich jetzt gleich. Ich war übrigens schon im Neta, ne? Ah, schön. Können wir auch gleich mal Energy-Kollektoren. dran klatschen. Los, dann hab ich auch en masse. Ich sag's, war ich gut. Ich mach mal ne Spitzschacke aus dir. Hm? Mach mal ne Spitzschacke. Ich bin in meiner, äh, in einem meiner Gänge. Also in meinem Gang. Einfach, einfach den Gang unten immer weiter geradeaus trennen. Äh, wo sollen wir die Dinge hin tun? Ins Lagerhaus. Den Energy-Kondenser hier einfach daneben. Ich würd sagen, erstmal da ist Lagerhaus. Na, alles so, am besten ins Lagerhaus. Das Lagerhaus mal aufbisschen. Haben wir jetzt einen Diamond oder so? Ja, sind ganz viele und ja eine Truhe da. Jetzt brauchen wir, müsste man da nur noch... Ich mach noch meine Spitzhacke kaputt und dann komm ich auch hoch. Wir müssen mal das ganze Erz brennen. Ja. Ich hab schon wieder 27, äh, Dings. Und wir könnten uns auch mal endlich was mit Redstone bauen. Die Menschen. Äh, zum Beispiel in der Quarry. Bullshit. Was mach ich denn da? So. Bullshit. Bullshit. Oh, Uran. Wer sortiert denn hier den Rubin falsch ein? Und noch mehr Uran. Mann, verpiss dich, du scheiß Kippe. Ich hab... Mann, jetzt ist er weg. Du Raucher. Ich mag keine Raucher. Stress abbauen ist das. Und dich vertragen. Du kannst auch einfach so reden, wenn du Stress abbauen möchtest. So, ich hab nie... Oder du lässt es bleiben. Ja, genau, genau. Oder du guckst Star Wars. Ist immer gut zum Stress abbauen. So, ich hab ne Idee. Oder du guckst 2015 die neuen Star Wars Teile und regst dich richtig drüber aus, was Walt Disney da für ne Scheiße gebaut hat. Nö. Ich lass jetzt erstmal den ganzen Dings da. Die ganzen Baumblätter, äh, MC-Wert hochmachen. So, und jetzt komm ich zurück und hau den ganzen Tankstenohr da rein. Den ich habe. Neun Tankstenohr. Und vier Uranium. Oder brauchen wir Uran eigentlich nicht, oder? Eigentlich... Nikolit? Nikolit können wir da auch reinhauen, oder? Ja, Nikolit können wir auch reinhauen. Nein, 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 nein. Das brauch ich gleich noch. Wofür möchtest du bitte Nikolit haben? Wir haben doch nicht zufällig noch irgendwo ein Obsidian... Doch, 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 da. Wir müssen nämlich mal ein bisschen Obsidian herstellen. Wir könnten uns BT-Batterien aus Nikolit bauen. Warte, ich will den Diamanten gleich mal da raus holen. Ba, 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 ba. Ich finde es echt schade, dass man hier noch nicht verzaubern kann. Können wir doch jetzt. Ja, wir können. Verzahn, aubern? Ja, wir haben doch, wir haben noch jetzt... Wir können zwar alles an Mass machen. Wir müssen echt mal eindingsen. Wir müssen echt mal alles, ähm... Wir müssen deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Oh Mann, das ist langweilig. Äh, ich schlieg im Bett, sehe ich nichts mehr. Ich hab den Swag auf. Ich hab das Gefühl, ich bin zu weit gerannt. Stimmt in einen Dingsengang rein. Oh, hier ist Tanks, aber zwei Stück brauchen wir ganz viele, die erst... Hä?